Cheers! Itadakimasu! What's up, people? Ich bin mit Koki. Wir haben uns Corn Dogs geholt. Willst du diese Corn Dog normal oder Corn Dog Rind? Ich glaub's dann ohne Käse. Ich will Käse und Wurst. Okay. Hi! Hi! Die normalen Corn Dogs sind mit Käse und Wurst, oder? Ja, genau. Genau, hätte ich gerne drei Stück. Du mitnehmen, bitte. Ja, danke. Corn Dog Time! Corn Dogs! Bei der Soju Bar. Und jetzt gibt's einen kleinen Outdoor-Mobbang-kind-er-thing. Ich bin hier grad in der Asian-Squad. Wir sind grad in Park. Ich hoffe, der Sound ist gut. Eigentlich müsste das mit dem Mikrofon in die Kehrordnung sein. Okay, gönn dir. Cheers! Itadakimasu! Oh yes! Es war definitiv eine gute Entscheidung, hier rauszukommen. Und jetzt holen. Mit Soju Bar aufgemacht. An der Konzablerwache. Und da kann man sich diese Corn Dogs holen. Die sind teurer geworden. Das letzte Mal, als ich ein Video gemacht hab, haben die fünf Euro gekostet. Das kosten die sechs Euro. Was? Die sind einfach teurer geworden. Sechs Euro! Sechs Euro! Das ist gut. Mhm. Das waren nur fünf Euro jetzt. Das ist jetzt 60 Euro geworden. Alter! Das ist teuer. Mhm. Also schon geil. Aber kann ich jetzt auch noch was geholt. Da hinten bei der Sotowa, wenn ich nie was... Mh! Das ist so süß. Das ist mega nett. Das ist echt geil mit dem Zucker auch noch. Mhm, ich auch. Ich hab auch hier einen Tätig aufgenommen. Was? Also die zweite Hälfte. Ich hab am Anfang aufgenommen, das ist doch dieses Ding. Ich hab noch einen Konder. Technische Schwierigkeiten. Das hat grad ein bisschen nicht aufgenommen. Aber sozell. Das erste Mal, das zweite Mal draußen zu sehen. Wir sind halt literally im Park, wo richtig viele Leute hier die ganze Zeit hin und her laufen. Ich hab überhaupt ins Kino zu gehen. Ich hab's gehört. Ist egal. Hauptsache Kino. Mhm. Wir waren in letzter Zeit zu oft schon im Kino gefühlt. Hast du schon einen Schleckenfall? Ich glaube, ich ist wichtig für die Marvel-Geschichte. Geht ja weiter, Marvel alles. Ist die Paralleluniversum? Mhm. Was ist denn sonst wichtig? Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Hallo! Nein, 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 nein. Nicht essen. Das ist nur Zucker. Weg! Ich weiß nicht, was? Wir wollen nur Schlecken. Wir müssen alleine? Ja. Oh, gut, sind die so. Hallo, dein Besitzer ist da hinten. Wollte immer diese Wurst beißen. Ist einfach richtig hergerannt. Ist schon süß. Ist schon süß. Einfach aus dem Nichts so. Ja. Ist nur Wurst. Ja. Der ist schon süß. Mhm. Aber ich hatte voll Angst. Hier ist direkt Straße. Und die rennen hier so. Einfach so rum. Ach, mach mal her. Okay. Mach mal her, ihr beide. Tschüss. Das ist so rand. Voll süß aber. Mhm. Wurst. 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 Ich rieche Wurst. Mhm. Ich hab mich schon auf die Zecken nicht gesehen. Ich hab mich richtig erschreckt. 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 Ich hab mich einfach richtig erschreckt. Und von da hinten. Mhm. Das ist ein Geruch. Erklär ich mir hier. Ich weiß aber. Ich hab mir da grad geredet. Oh. Marvel. Ah, ja, ja, ja. Es ist erst zu Ende. Ich kann nicht mehr sitzen. Ähm. Ist nicht mehr so viel. Und, ja. War sicher. Random. Draußen. Stream. Nein. Das ist einfach Stream. Video. Ja. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dann. Leute, also da auch viele people. Ich frage dich zusammen. Ich hab dich nicht nach ja. Sesmm. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Lehнок hop Besides. kann man nein, Or das Richter. ey Dar falls mich nicht ausgeprектор, nee. �발 der metros. Vielen Dank.